Wir müssen ja auch noch ein bisschen was zusätzlich verdienen, hallo? Könnt ja vielleicht möglich sein, dass wir vielleicht irgendwas schickimicki mäßiges finden, man kann ja nicht wissen. Der Bray braucht ja vielleicht wieder irgendwas für seine Hurt. Also der ist es schon. Da kommt, ich muss ein bisschen klettern. Na gut, Havara. Let's go. Aber ganz, ganz schnell. Ich finde es immer nur lustig, wenn man nicht mehr die Bilder sieht von Venedig, obwohl wir noch nicht einmal in Venedig waren oder nicht einmal sind. Ich finde es einfach nur irgendwie lustig. Einfach nur an einen Ort liefern? Finde ich aber interessant. Finde ich aber echt interessant, dass wir es nur an einen Ort liefern müssen. Weil das letzte Mal haben wir bei drei verschiedenen Orten liefern müssen. Das war dann schon ein bisschen stressig. Es ist halt eher wieder die Frage, wo es ist. Aber das ist eh doch gleich am Säck. Das geht sich locker aus. Ja, wenn ich vielleicht sogar klettern würde, geht es sich sogar noch schnell aus. Aber das passt eh. Ja, ich hätte zwar eigentlich auch um Säck gehen können, aber tschüss Baba. Darf geschießen. Ich würde mir sagen, alle Hilfe. Was ist das? Pst, das ist aber schnell. Schnell verdientes Geld gewesen. Nicht schlecht. Das war jetzt echt nicht schlecht. Echt schnell verdientes Geld. Oh, bei der Villa müssen wir da vorbeischauen. 7000. Da geht was weiter. Da geht was weiter. Ah, noch ein Kurierdienst. Nein, jetzt wird es Zeit für eine Erinnerung. Jetzt können wir nicht schon wieder was anderes machen. Jetzt wird es einmal wirklich Zeit für irgendeine Story-Mission oder irgendwas. Das geht so nicht weiter. Ich fahre mit Schokolade. Ich will nicht laufen, bevor ich mit Schokolade gehe. Weil ich hätte heute sowieso gesagt gehabt, ich habe so lange Bock auf Assassin's Creed, bis wir quasi auf die nächste Synchronisation kommen, hätte ich gesagt gehabt. Bis zur nächsten Synchronisation ist, glaube ich, relativ in Ordnung. Dass wir wenigstens wieder ein bisschen so eine Sequenz weitersehen und alles drum und dran. Würde mich freuen. Ich glaube, es ist eh nicht mehr lang. Ich glaube, da machen wir noch so zwei Missionen oder maximal drei. Und dann sind wir eh schon wieder in der nächsten Sequenz. Das ist ja das. Das ist ja das Leimende. Das ist ja das Leimende.